Musik Berufswunsch Spitzenkopf, dieses Ziel haben die Bewerber der Castingshow Pirates of the Fox in Wien vor Augen. Besucht werden fortgewandte Nachwuchsköche, nutzt dabei auch die Schüler der Landesbürgesschule in Hage. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und der kreative 28-jährige Thomas aus Zürich verwöhnte mit seinem Gericht das Auge. Nicht wegzudecken, der Koch des Jahrhunderts Eckart Witzigmann nahm die Kreativität sowie den Geschmack der Gerichte der Kandidaten unter die Lupe. Nein, wir machen das ganz herzlich und wir machen das ganz liebevoll, weil ihr seid uns alle ans Herz gewagt. Kochen ist eure Leidenschaft, Essen ist unsere Leidenschaft, Brut von der Witzigmann ist natürlich auch die große Leidenschaft, aber ich fange einfach an mit dem fünften Platz. Und mit dem fünften Platzwort über 60 Teilnehmer in diesem Wettbewerb hat die Nicole erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Platz 4 geht an Olli. Platz 4 geht an Olli. Platz 4 geht an Olli.